Herzlich Willkommen an Bord von Toshimiro Enterprise und wir heißen Sie gerne an Willkommen an Bord und freuen uns, dass Sie mit uns heute wieder auf ein neues, kleines, klassisches Abenteuer gehen. Wir werden heute viel Leid, viel Essen, viel Hunger und auch viel Abenteuer erleben. Lehnen Sie sich also zurück, stellen Sie Ihre Sätze in eine bequeme Position, holen Sie sich Popcorn und was zu trinken und dann geht es los. Und damit willkommen zurück, meine Freunde, wir machen ein neues, kleines Abenteuer, wir barmen endlich alles zusammen und können unser erstes gemeinsames Brot backen. Ich muss zwar jetzt auch den richtigen Timing finden, dann mache ich nämlich sofort einen Screenshot. Ah, guck mal, da liegen wir schön da rein und zack, haben wir ein schönes Brot daraus. Gut, jetzt können wir auch wieder. Ja, haben wir gut vorbereitet oder haben wir gut vorbereitet? 21 schöne Weizenbrote. Also damit sollten wir auf jeden Fall erstmal über die Runden kommen und dann sollen wir aufhören rumzujammern. Wir haben viel dazu beigetragen, um die Leute jetzt am Fressen zu halten. Und ich finde das gut. Das bringt uns da vorne, es hilft uns. Außerdem müssen wir hier noch Brunigostleute rekrutieren. Und neben der Rekrutierung müssen wir auch noch Erze sammeln, sonst haben wir demnächst ein neues Problem. Nämlich, dass wir keine Bronze und keinen Kuppern mehr haben. Bin ich froh, wenn wir demnächst Eisen haben. Und dafür müssen wir noch ein bisschen mit dem Häuserbauen weitermachen, damit wir genug Erfahrung haben, uns selber irgendwann eine Mine zu bauen. Wir brauchen noch eine zweite Schmiede, das habe ich nicht vergessen. Also machen wir erstmal unsere ersten Brote, damit wir gleich die Leute damit füttern können. Dann gucken wir uns mal die Quest hier im Dorf an. Dann werden wir in die Mine gehen und werden ein bisschen minen. Und nächste Folge werden wir die Leute rekrutieren. Also ich habe mehr als die noch zu tun, das sehe ich jetzt schon. Das ist gut, ich mag es. Da hat man immer schön ein bisschen Content für die nächsten Folgen. Ich produziere eh noch vor, heute habe ich ein bisschen verpennt. Auf meinen Reisen mit Toshimiro Enterprise. Ich hätte früher wieder hier sein müssen. So habe ich jetzt nicht geschafft, mein Mettbrötchen zu frühstücken. Hat nur gereicht für den Joghurt mit Müsli. Und leider reicht es heute Morgen auch nur mit einer Folge. Müssen wir mal gucken. Ob wir da noch mit dem Zeitplan hinkommen. Aber ist ja nicht schlimm. Es ist wie es ist, ne Leute. Es ist wie es ist. Was wir haben, das feiern wir und was wir nicht haben. Den trauen wir auch nicht nach. So, die Brote haben wir schon mal fast fertig. Wie ist denn bei euch? Backt ihr Großbrote? Also Private backe ich genauso gerne wie hier. Ich finde, von der Nährstofftabelle gibt das aber auch mehr als genug Essen, wenn man das mal auf die Burger runterrechnet. Ich finde, mit Brot kann man die Leute viel besser ernähren. Vor allem, wenn Weiz das Einzige ist, was du noch hast. Nur die Eier machen mir Sorgen. So viel Gänze habe ich gar nicht, um Eier da zu farmen. Aber das kriegen wir schon hin. Nur der Kuhstall hat jetzt, glaube ich, keiner. So. Und zack. Wir machen mal zurück, was wir zurückwerfen können. Wir haben nur noch Fleisch. Ja, habe ich mir schon gedacht. Und das ist der Verdorbener und die mittlerweile alles gemacht. Lebensmittellager gehört das. Okay. Und das? Lebensmittellager, dachte ich mir. So. Zack. Geht die Hunger nach unten. 22 Brot haben wir reingetan, ne? Gucken wir gleich mal. Ich glaube immer, zwei Leute, ein Brot. Hm. Kina zählt nicht. Boah. Von 22 Brot sind nur acht da. Und zwischendurch haben zweimal ein gebratenes Stück Fleisch gegessen. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Der Verbrauch an Essen steigt exorbitant. Die kriegen doch niemals, ähm... 14 Brote am Tag gemacht. Aber mir fehlen die Eier für mehr. Und ich werde nicht nochmal eine Weltreise machen, nur für ein paar Eier. So, was haben wir gesagt? Komm, das nächste ist die Quest. Diese Musik ist so schön. Die ist einfach so unglaublich schön. Kann ich dir helfen, Fräulein? Ich brauche einen Stagmann, ja, damit ich bei mir richtig. Das ist schon mal so. Ähm, ich muss meine Familie ernähren. Mhm. Ich weiß wie ein Metzger. Ich will nicht nach Fleisch stinken. What the hell? Okay. Sieben Fleisch, drei Beeren. Sieben Fleisch und drei Beeren. Und das im Frühling. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir diese Quest nicht erledigt bekommen. Ich schaffe ja noch nicht mal, den Fisch zu sammeln. Hm. Okay, warte, warte, warte. Müsste alles unnötiger. Boah, Leute, was höre ich mit meiner Stimme? Ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Noch zu früh am Morgen, hä? Brauche ich Felsstiefel? Ah, na, was brauche ich? Ich mache zu viele Bronzespitzsacken. Aber die brauchen wir später für die Mine. Ich habe die schon mal vorausschauend für die Mine gemacht. Okay. Dann ab dafür. Nächster Halt. Main City. Wird mir ein paar Beeren. Tod den Beeren. Sagt einer, der einen Beeren als Kanal-Symbol hat, aber okay. Im Sadismus ist niemand gewachsen. So, Freunde. Ich mag es hier so, so schön durch die Wälder zu reiten. Das ist mega schön. Dabei die Musik. Und hier laufen mal Füchse rum. Ja, ich muss die Tiere nicht immer nur töten. Ich genieße es auch manchmal, dass sie da sind. Guck mal, da ist ein Luchs. Oh, ne, ist sogar ein Wolf. Wie Wolf und Fuchs friedlich nebeneinander leben. Ja. Ich bin auch froh, dass die Wölfe langsam zurückkommen. Auch nach Deutschland. Ich finde es schade, dass wir die Tiere immer ausrotten und vertreiben. Das muss nicht immer sein. Das ist manchmal echt unnötig. Aber wer bin ich, sich dagegen aufzulehnen? Oh, oh. Latsch, schnell, na. Und so. Komm her. Komm schon. Oh, daneben geschossen. Ich schäme mich für mich. Was war das hier gerade? Okay. Mega geiler Bug. Wie war das? Wenn ich innerhalb von dem Ding rufe, dann springt es mir immer auf das Höhlen da. So, eben noch ein bisschen hier von der Pongse abschlürfen. Also Kupfer und Zinn. Dann haben wir das auch schon wieder. Und dann sind wir eigentlich schon gut vorbereitet für das nächste große Bauprojekt. Außerdem habe ich ja immer noch die Hoffnung, wenn wir hier genug Zeug abschlagen, sammeln wir damit Erfahrungen, damit wir endlich eine Mine bauen können. Wir sind auch, glaube ich, gar nicht mehr so weit weg von der Mine. Es fehlen 50 Punkte. Dann können wir unsere Mine. Aber zum Marktplatz dauert es noch ein bisschen. Also erst die Mine. Dann die zweite Schmiede. Und dann kommt der Marktplatz. Dann die nächste Schmiede. So. Ach, goddammit Ah, okay Gut, gut, das ist jetzt blöd Ich hab vergesst, dass wir noch Untholz haben Ich meine, gut, dass wir Untholz haben, aber Hm Ein paar Bolzen, die tun nicht weh Habt ihr das gehört? Das ist das Geräusch von frischem Gesprudeltem Wasser Ja, ich versuche ein bisschen gesünder zu leben Joghurt mit Müsli Und Wasser dazu Toshi versucht wieder Gesund zu leben Ich glaube, diese ganze Corona-Sache Die hat uns unglaublich Tief in die Ungesundheit reingerissen Die Leute bestellen nur noch Ja, aber so ist das nun mal Das ist, weil sich keiner bewegt Werden die Leute faul Das ist noch so ein Grund, warum ich niemals Vollzeit Streamer sein könnte Ich könnte zwar jeden Tag acht Stunden Streamen Wäre bestimmt auch interessant Wir hätten wahrscheinlich mal in der Steam-Bibliothek mit über 300 Spielen So schnell durch Wie keiner gucken kann Aber trotzdem Das ist ja mega ungesund Das ist ja mega ungesund Vollzeit nur noch hier rum sitzen Ja, ich würde natürlich dann ins Fitnessstudio gehen Aber da musst du eh gucken Außerdem Ich weiß nicht, was das soll Ein YouTuber verdient nicht so viel Geld Alle tun immer so, als wären die Die Typen reich Soll ich euch mal was sagen Ich hab mal durchgerechnet Was ich momentan mit Ich bin verdammt gut Ich hab mich mal mit anderen Kanälen verglichen Und ich hab die geilste Community die Welt Ich hab viel mehr Im Verhältnis Aufrufe und Wiedergabezeit Im Verhältnis zu Abonnenten Viel, viel bessere Werte als die meisten anderen Und dadurch würde ich mehr Geld verdienen Aber Nicht viel Ich hab das mal hochgerechnet Ich würde Im Jahr Wenn ich monetarisieren würde Zwischen 800 und 2000 Euro verdienen Im Jahr Nicht im Monat Im Jahr Das ist viel zu Das ist gar nichts Davon kann ich ja noch nicht mal Ein Monat lang jeden Tag Einen Döner essen Also und jetzt Und dann hab ich mal durchgeguckt Da gibt's ja die Abonnenten Die ganzen YouTuber Die haben ja schon 100.000 Abonnenten und so Und mit 100.000 Abonnenten Verdienen die keine 20.000 Euro Das Das ist Das ist viel zu wenig Also vor 20.000 Euro zu leben Ist Schwierig Vor allem wenn ein Fitnessstudio Sich dann Allein schon Also erstmal musst du Mietet Anzahlen Wenn ich hochrechte Du hast Richtig Kleine Dreckskammer Wo du Achso Falsch das Richtig Kleine Kammer Mit einem Zimmer Oder so Da bezahlst du ja schon Deine 4-500 Euro Obwohl du Im letzten Loch wohnst Ist ja auch 500 Euro Auf 12 Gerechnet Das sind schon 6.000 Euro Das heißt Von den 20.000 Euro Geht schon mal die Hälfte Weg für Miete Und du musst mal überlegen Wie lange das Bis zu 100.000 Abonnenten hast Wenn du dann noch Ein Fitnessstudio nimmst Das ist auch nochmal Sag ich mal 50 Euro Weil du dir auch Was schönes gönnen willst Mit Sauna 50 Euro im Jahr Im Monat Dann bist du nochmal Bei 600 Euro Dann brauchst du noch Internetanschlüssen Anständigen Auch nochmal 30-40 Euro Mindestens 150 Leitung Wenn du Vollzeit Machen möchtest Sogar noch mehr Wenn du Mehr als ein Video Am Tag Hochladen willst Sonst braucht ein Video Eine Stunde Zum Hochladen Hat kein Mensch Müsstest du produzieren Eine Stunde Vorbereitung Nochmal Eine Stunde Fürs Schneiden Und Rendern Und dann nochmal Eine Stunde Hochladen Dann schaffst du am Tag Nach 9 Stunden Arbeit Drei Folgen Viel zu hart Und du hast du noch Gar nicht gestreamt Also Brauchst du eine anständige Internetleitung Am besten eine Tausender Dann kannst du das Auf eineinhalb Stunden Reduzieren Pro Folge Oder sagen wir mal Eineinhalb Ein bis zwei Stunden So Dann schaffst du Drei Vier Folgen Am Tag Und sogar noch Mal Drei Stunden Stream Dann hast du aber auch Schon wieder Eine vollen Neun Stunden Arbeitstag Hinter dir Also Ich weiß nicht Die Leute denken immer Das wäre das geilste Hobby der Welt Aber ich glaube Das ist purer Stress Und du verdienst Weniger Du müsstest schon So ein Montana Wie heißt der nochmal Montana Black Wie auch immer Der Der so mit Fünf Millionen Abonnenten Bei Twitch Also so einer So einer verdient dann Schon ordentlich Cash Aber überleg mal Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit Dass du fünf Millionen Abonnenten Auf Twitch kriegst Also ich kenne nicht So viele Ich kenne nicht So viele Und hier Das meiste Leben Spielt so In dem Bereich Von den Ich sag jetzt mal Fünftausend Bis Bis Zweihunderttausend Abonnenten Das ist so Das ist so der Durchschnitt Und mit denen Kannst du nicht Also mit dem Geld Was du damit verdienst Kannst du nicht leben Also Zu sagen Ey hier Ich werde jetzt YouTuber Das Ich werde solche Leute Auslachen Ich finde das Hobby ist doch schön So nebenbei Du Du kannst dich ausleben Du kannst dich Selbst verwirklichen Ich philosophiere ja gerne Ich weiß nicht Ob die Leute Die Maslow Pyramide Kennen Ob ich das schon mal Ich glaube Joker Place Und Joko Ob die kennen das Da habe ich schon mal In irgendeinem von meinen Streams mit denen Über die Maslow Pyramide Bedürfnispyramide Philosophiert Maslow hat ja damals Den Test gemacht Dass Menschen Oder herausgefunden Dass Menschen Verschiedene Bedürfnisse benötigen Und dass diese Hierarche angeordnet sind Gingst du mal nach draußen Ach da So Das ganze Thema Ist ja ein bisschen umstritten Weil Maslow hat nur Gesunde Leute Und weder geistig Gestörte noch Behinderte Mit in seine Studie Reingebracht Deswegen ist sie ein bisschen Umstritten Die Ergebnisse Seiner Studie Das ist mir bewusst Trotzdem finde ich Ist das unglaublich gut Ein unglaublich gutes Modell Um sich zu orientieren Und Und wenn man sich Die Maslow Pyramide Anschaut Dann hat jeder Mensch Erstmal Grundbedürfnisse Das bedeutet Essen Trinken Schlafen Sex Das sind so die Grundbedürfnisse Und die Stehen an erster Stelle Und jeder Mensch Strebt danach Diese erstmal Zu erfüllen Deswegen gibt es auch so viele Die Sex über alles stehen Zum Beispiel Die haben ein sehr starkes Sexuelles Interesse Oder Bedürfnis Ausgeprägt Und die brauchen halt Natürlich viel Sex Um nie das Bedürfnis zu stillen Genauso wie Leute Die unheimlich viel essen Die auch viel kochen Weil Die sagen Dass das Geschmackliche Erlebnis Was sie dann im Essen haben Nur dann Ihre Bedürfnisse stillt Gegenüber Jetzt einem Fertig Döner Vom Vom Mohamed Nehman So und Auf der zweiten Ebene Der Pyramide Steht dann Das Thema Sicherheit Das bedeutet Einen festen Job Ohne Einen krisenfesten Job Eine Wohnung Oder ein Haus Mit einem Dach Über dem Kopf Und einem Bett Das ist auch wieder Bei jedem Unterschiedlich ausgeprägt Bei dem einen Ist es ein Zelt Irgendwo im Wald Bei dem anderen Ist es eine Villa In Kolumbien Mit 500 Sicherheitsleuten Ne Also auch hier wieder Meilenweiter Unterschied Danach kommt das Soziale Das heißt Familie Freunde Ist alle die sozialen Interaktionen halt Und zum Schluss Und als vorletztes Kommt dann das Thema Prestige Bei denen Die diese drei Bedürfnisse Die ersten drei Gut erfüllt haben Die streben dann Nach Prestige Das bedeutet Die holen sich dicke Autos Dicke Eier Irgendwo eine Penisverlängerung Ihr kennt ja schon Die typischen Sachen Für Prestige Schickes Auto Eine Wohnung Die viel zu teuer ist Einfach nur damit Die sagen können Ey guck mal was ich kann Und dann kommt Die letzte Stufe Das ist die Selbstverwirklichung Und das ist die wirklich Letzte Stufe Die erst kommt Wenn alles andere Erfüllt ist Und die Selbstverwirklichung Ich weiß nicht Ob die Leute Ob ihr alle wisst Was Selbstverwirklichung bedeutet Es bedeutet Sich selber In etwas zu verwirklichen Das bedeutet Zum Beispiel Ein Bild zu malen Wenn du ein Bild malst Dann wird jeder Also jeder Künstler von euch Merkt Er kann nicht einfach So ein stegreifendes Bild malen Er muss sich danach fühlen Er muss sich fühlen Ein Bild zu malen Und in diesem Bild Verwirkliche er sich selbst Er bringt einen Teil von sich selber Seine Ideen Seine Bedürfnisse Sein Leben Seine Gefühle Alles da rein Und Während andere Bilder malen Um sich selbst zu verwirklichen Ist es bei mir YouTube Ich gehe dann hin Ich habe Spaß Diese Videos Die ich mache Dass Ich bin Ich bin ein Mensch Der teilt dann Diese Momente Und die Erlebnisse Die hat Das ist für mich Eine Art von Kunst Ein Hobby So wie andere Bilder malen Natürlich kann man mit Bildern malen Geld verdienen Aber Guckt euch schon mal Die Künstler an Wie viele Haben ihr Leben lang Danach gestrebt Bilder zu malen Um reich zu werden Und sind bitterarm Verändert Und bei YouTube Ist das genauso Selbstverwirklichung Find ich Ist etwas Womit man nicht Geld verdienen sollte Man sollte etwas haben Womit man Geld verdient Um die ersten Drei Vier Bedürfnisketten Zu befriedigen Oh nein Der ist voll überladen Und erst dann Ne Erst dann Sollte man gucken Dass man Sich selbst Verwirklich Sonst wird man Sehr schnell Sehr unglücklich Aber das ist alles Hier Die Deiner Bisserei Sagt man Das darf man Heute gar nicht mehr Sagen Verdammt Toshi Man Am besten Schneidst du Eines raus Aus dem Video Ja Ich finde das Auch komisch Früher hast du Einfach alles gesagt Du hast gar nicht Darüber nachgedacht Es war weder Deine Intention Irgendjemanden Zu beleidigen Noch War das Deine Intention Dass das In diese Richtung Gehen könnte Du hast ja nie Drüber nachgedacht Und heute Egal was du sagst In irgendeiner Weise Wird irgendjemand Beleidigt Und du denkst dir so Okay Du musst zweimal Überlegen Was du sagst Entschuldigt Dass ich Wie darf man Die denn überhaupt Noch nennen Oma Beleidigt habe Das war nicht In meiner Intention Es tut mir leid Ich wollte einfach Nur sagen Dass das Taschenspielerei Taschenspieler Psychologie ist Das ist eigentlich Der richtige Begriff der Dazu besser passt Wo bist du Ach du Lümmel Ich hoffe auf jeden Fall Dass euch das So ein bisschen Interessiert hat Ihr könnt aber gerne Mal eure Meinung Dazu schreiben Wie ihr das seht Ob ihr Ob ihr das genauso seht Wie ich Oder ob ihr sagt Das ist Größer Humbug Bitte macht die Goschen zu Junge Wäre mal interessant Wir haben auf jeden Fall Jetzt alles rausgeholt An Erz Was wir brauchen Das bedeutet Nächste Nächste Runde Nächste Folge Können wir richtig Gas geben Ist auch dringend nötig Aber Brennhaus haben wir genug Vielleicht werden wir jetzt Eine Holzfälle heute mal Auf Stöcke umrüsten Nochmal Müssen wir mal gucken Sehen wir dann In der nächsten Folge Also Leute Vielen Dank für's Zusehen Und ich hoffe es hat euch gefallen Und bis dann Wenn es wieder heißt An Bord zu gehen Von Toshimyo Enterprise Und auf eine neue Reise Voller Abenteuer Und Philosophie Taschenspieler Psychologie zu gehen Also Bis dann Euer Toshi Ciao Gerne Like dir lassen Bye